Moin moin, servus und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Nach Pokédex immer noch nicht ganz vollständig und euch fehlen bestimmte Pokémon wie zum Beispiel Tanzer, Knapfel oder Bummels. Naja, mir ging es auf jeden Fall so und im Pokédex stehen Sachen wie es sind am Baum, hängen am Baum und sonst was. Deswegen gucken wir uns heute einfach mal an, für alle die noch nicht so weit sind und für alle die noch wissen wollen, wo es diese Pokémon gibt, wo die denn überhaupt zu finden sind. Deshalb gehen wir erstmal raus und wir sind erstmal hier im Schmierhain. Das Ganze findet ihr hier rechts vom Schlund, rechts oben drüber. Und hier findet ihr zwei dieser Pokémon. Das ist einmal Knapfel und einmal Tanzer. Und die sind, ja, wie schon gesagt, an Bäumen und relativ klein. Aber Tanzer sieht man häufiger, denke ich. Knapfel ist aber schon relativ selten. Deswegen, ja, okay, Kommand, Luthans hängen auch manchmal am Baum ab. Okay, I guess ist okay. Ich schaue mir grundsätzlich irgendwie immer diese bunten Bäume an. Weiß nicht, ich habe das Gefühl, dort, ah, hier haben wir schon einen Tanzer. Also tatsächlich relativ häufig, aber das war jetzt eher Glück. Hier auch. Noch ein Tanzer, okay. Tatsächlich, Tanzer gibt es häufiger. Findet ihr auf jeden Fall einen Bäum. Wenn ihr dagegen rennt, dann könnt ihr... Alter, da sind da viele. Okay. Oder wenn ihr ein Pokéball dagegen werft, dann könnt ihr sie auch encountern. So, das wären schon mal Tanzer. Und, äh, eigentlich wollte ich euch zeigen, wie ihr die leichter findet. Dann fangen wir jetzt einfach mal mit Tanzer an. Also, wie gesagt, hier in den Bäumen, wenn ihr kein Glück habt, dann könnt ihr euch das Ganze ein bisschen erleichtern mit Picknick. Ich hatte jetzt tatsächlich viel Glück. Gleich am Anfang hier. Aber ich zeige euch ein Sandwich, das ihr machen könnt, was euch nur ein bisschen Zutaten kostet und kein, äh, Herba Mystica, beziehungsweise Geheimgewürz. Da gehen wir einfach auf kreativen Modus. Ich blende es euch auch mit ein noch, was das Rezept ist. Und dann nehmen wir hier wundervollen, äh, Kartoffelsalat, Gurke, rote Paprika, Avocado, rote Zwiebel, gehen weiter, Mayonnaise, weiter, eurem Piekser-Nachwahl, belegen das. Irgendwie sieht Kartoffelsalat aus wie ein bisschen wie... Naja, ich möchte es nicht weiter ausführen. Überspringen wir das. Dieses Sandwich gibt, gibt euch nämlich Begegnungskraft Käfer auf Level 2. Für Level 3 bräuchtet ihr, äh, Herba Mystica, beziehungsweise Geheimgewürz. Deswegen sparen wir uns das. Sollte auch mit Begegnungskraft 2, mit Käfer, sehr gut funktionieren. Ihr seht, ich hatte ziemlich viel Glück und da waren ziemlich viele Tanzer jetzt schon. Und normalerweise müssten die uns jetzt hier gleich, ja, überall begegnen. Käfer ist natürlich im Wald, ähm, relativ häufig auch bei anderen Sachen. Aber ihr guckt einfach, ihr lauft einfach ein bisschen rum. Guckt euch die Bäume an. Und seht schon, hier haben wir wieder einen Tanzer. Ihr könnt auch, wenn ihr keine Lust habt, alle Bäume anzuschauen, einfach überall dagegen rennen. So habe ich es am Anfang gemacht. Und mit Glück findet ihr euer Tanzer ziemlich schnell. Da haben wir auch wieder eins. Also ich muss sagen, mit der Begegnungskraft hier, mit Käfer, habe ich es auf jeden Fall schneller gefunden gehabt. Da hat an jedem Baum hängt fast ein Tanzer. Also damit findet ihr Tanzer auf jeden Fall. So, dann kommen wir zu Knapfel. Weil Knapfel ist wirklich ziemlich selten. Ich habe bei meinem normalen Durchgang, als ich Knapfel gesucht habe, nicht ein einziges gefunden. Die hängen auch an Bäumen. Sind manchmal zwischen diesen Baumgabeln. Auch schwer zu erkennen auf Anhieb. Deswegen gebe ich euch da auch ein Sandwich mit an die Hand. Damit solltet ihr das innerhalb von Sekunden finden. Hoffen wir, dass ihr das jetzt auch beweisen kann. So, wir gehen wieder ans Sandwich machen. Ich blende es euch natürlich auch wieder mit ein, das Rezept. Wir brauchen Avocado, Räucherfilet, Tomato, weiter. Und Salz. Ich habe euch die rausgesucht bei allen Rezepten, die am einfachsten mit den wenigsten Zutaten sind. So, überspringen wir das wieder. So, und hier seht ihr schon Begegnungskraft, Rache, Level 2. Das ist, was wir brauchen, denn unser Knapfel ist ein Drache. Und damit ist es hier in dem Wald relativ einfach, damit zu bekommen. Erstmal kurz hier natürlich Spawns resetten, durch ein bisschen Laufen. Ah, da haben wir schon unser erstes. Ihr sagt es ja, geht relativ schnell. Da hängt es am Baum. Auch das könnt ihr einfach wieder mit Gegenstoßen finden, runterholen hier. Da hängt noch eins zwischen den Gabeln. Zack. Ich habe es ja gesagt, mit dieser Begegnungskraft funktioniert es easy. Dich will ich nicht, Hafiti. Da ist noch eins an dem normalen Baum. Also auch an dem könnt ihr es finden. An jedem Baum fast. Auch wieder wie bei Tanzer, fast an jedem Baum. Richtig gut auf jeden Fall. Und das ist nur Level 2 und ihr braucht keine Geheimgewürze dafür. Kommen wir zum letzten und womöglich schwierigsten Bummels. Das lohnt sich fast nicht. ein Rezept zu machen, weil normal dort überall spawnt. Es lohnt sich fast nicht, es überhaupt zu suchen. Das ist den Aufwand gar nicht wert. Bummels findet ihr hier unten in diesem ganzen Bereich um den Fluss hier rum. Ich glaube bis hier unten sogar zum Leuchtturm. Und hier hoch an großen, dicken Bäumen. Die müsst ihr absuchen. Und es liegt oben auf den Ästen. Also ich habe keinen Unterschied gemerkt mit Begegnungskraft normal. Da so viele normale Pokémon dort spawnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann Bummels trifft ist so gering. Ich empfehle euch an dieser Stelle. Dort unten, wo ich gerade bin, wo es Bummels geben soll, sind haufenweise im Mund hier. Fangt euch lieber im Mund hier. Züchtet es und holt euch dadurch euer Bummels. Das habe ich so gemacht. Denn das normale Bummels hier irgendwo auf einem Baum zu finden, ist so schwierig und ist so gering. Und es ist so unnötig, dass es so selten ist. Wenn ihr es natürlich trotzdem finden wollt, dann zeige ich euch hier natürlich trotzdem kurz das Rezept. Aber wie gesagt, ich habe dadurch keinen Spawn-Unterschied gemerkt. Ihr könnt es natürlich gerne probieren. Dazu brauchen wir Reis, Jalapeño, Tomato, Currypulver und Mayo. Piekser nach Wahl und Überspring. So, ihr seht hier schon Begegnungskraft normal auf Level 2. Normalerweise findet ihr es hier an den großen Bäumen. Aber wie gesagt, das lohnt sich wirklich nicht so wirklich. Schnappt euch lieber im Mund hier. Züchtet es und dann habt ihr euer Bummels. Ich habe das für euch natürlich trotzdem gesucht. Und deswegen einfach nur, um zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Und wo ihr es tatsächlich finden könnt. So, falls ihr euch mit dem Video helfen konntet, dann freut mich das sehr. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und abonnieren nicht vergessen, falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.